Guten Abend, liebe Bürger der DDR. Diese Nacht, es gibt keine Nachrichten, aber wir haben ein Interview mit einer unserer tapferen Soldaten. Und jetzt bin ich mit einer Soldat unserer tapferen Nationalvox-Armee. Soldats, was ist Ihr Name? Meine Name ist Toni. Wie alt sind Sie, Toni? Ich bin 19 Jahre alt. Wie lange sind Sie mit der Armee gewesen? Wir, jaun. Oh, das ist so gut. Und was denken Sie von Eric Königke? Eric Königke ist the... the best... So gut. Und wie war Ihre Einstellungsvideo? Es ging gut. Und jetzt werden wir seine Einstellungsvideo ansehen. Was, 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 was! Achter Fußboden! Achter Fußboden! Jetzt, jetzt! Achter Fußboden! Das ist Kabelismus. Ah! Amerikanisch! Aus! 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 Und das ist voran verbrochen unseren Hilden von der Nationalen Volksamme. Betreiden Sie jetzt in der Nationalen Volksamme. Verbrochen Sie. Läuft der Kamera noch? Nein. Okay. Ich brauche noch etwas zu trinken. Hallo. Herr Reibner. Mary Hanisch. Nein! Nein! Ich habe eine Racklinie! Nein! 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 Ja! Nein!